Seid ihr bereit für Biking und Vanlife? Ich bin's auf jeden Fall! Und deswegen habe ich ein bisschen geschaut, was wir noch nicht geschnitten haben und ein echtes Highlight ausgegraben, das nicht nur mega geniale Aussicht hat, sondern auch einen krass schönen Trail und einen wunderbaren Stellplatz für die Vans direkt am smaragdblauen Bach. Und von dem her ist das ein absolutes Highlight vor der Haustüre für mich und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Schaut zu! An allen Ecken und Enden wird jetzt das Bike hergerichtet. Oder auch dein sauber gemacht. Oder auch mein sauber gemacht. Wichtig ist ja da nur die Ketten und das Unterrohr, weil wenn sie sie tragen und sie treffen werden. Und linker Gabel holen, weil da gelang sie ruhig. Achja. Dann hast du alles richtig gemacht. Er hat nämlich gerade das Unterrohr sauber gemacht. Ja, zur Tour selber, wir haben es ja lange probiert, den zu machen und ich habe es jetzt auch lange geplant schon. Drei Mal haben wir es versucht. Drei Mal haben wir es versucht. Jetzt schauen wir, ob es heute herkommt. Und wir rassen rauf auf das Kreta da Rosé. Das ist von 1. Wöcker genommen Monti Wald. Hinten im Walauper der Verschnitt. Große Militäranlage. Und auf die Vacella Kerwal sollt ihr dann umgehen. Das ist eigentlich oberhalb wo das Auto steht. Da drin ist ein Klettersteig und da soll ich mir die Radlumme bringen. Wichtig da unten, wenn ihr sowas macht oder die Tour macht, nehmt euch ein Stück Seil mit. Wir haben das letzte Mal schon etwas Alpines gemacht. Wie hat er geheißen? Monte Coel. Barretta da Coel. Es hat dann ein Stück weit vom Weg. Und du kommst einfach ohne Minolche steigen oft nicht mehr hin. Und dann gelangen so 2-3 Meter von den Rebschnitt. Wir haben es jetzt in den Rucksack. War super praktisch für die Wicke zum Abschleppen in den E-Bike. Ja gut. Dann packen wir es an, oder? Jetzt schrauben wir uns den Berg hoch. Bis jetzt zum Glück noch im Schatten. Aber mir rind jetzt schon der Schweiß runter. Ich bin gespannt, was uns noch erwartet. Die Auffahrt hat was von einem Gliller. Neigung, Einfassung und Leidenswege. Jetzt haben wir noch eine Kurve mit Aussicht. Der nächste große Berg. Ja. Auf 12 Uhr. Gar nicht so leicht so ein ganzes Rudel auf die Kamera drauf kriegen. Die Nachzügler, die machen wieder Spielereien. Unglaublich. Erste Auffüllpause. Kinder Country. Aber ihr müsst wissen, die Kinder-Quanty habe ich 30 Mal aufgetaut. Und ich habe sie gestern in den Bach eingelegt, weil wir keinen Kühlschrank haben. Jetzt sind wir wieder Portabile. Aber die Zeit ist vorbei. Wieder im Winter. Hallo Tag. Hallo Tag. Geht immer, haben wir schon festgestellt. Ich übe schon für die Transalp. Und da wird noch Wasser befüllen. Passend zum Schirr. Erstens Wasser. Mhm, nur die Flasche. Ist aber meine. Schaut mal da. Der Baum, der lebt noch. Und da ist einfach ein Stück rausgebrochen. Und für uns geht es hier weiter. Wir sind schon wieder beim Wasser auffüllen. Aber bei der Hitze ist es auch bitter nötig. Und hier sieht es mega gut aus. Und hier sieht es mega gut aus. Und hier sieht es mega gut aus. Und wichtig. Ja. Weil da ist jetzt schon sechs Piloten. Das ist plus 100, glaube ich. Plus 100 ist das meine ich. Danach gibt es kein weiteres Wasser mehr. Ich habe gerade gehört. Noch 1300 insgesamt. Aber jetzt geht es erstmal rauf. Dann schon ein Stückchen Trail runter. Und dann müssen wir nachher noch mal ein Stückchen zurück tragen. Um nochmal auf den Trail zu kommen. Also meistens. Ich habe immer kleine Spinner. Ich würde ja nie auf die Idee kommen. Schreiwillig den Puls hoch zu jagen. Aber ihm macht das Spaß. Jetzt kommt er gleich da vorne vor uns raus. Schauen wir uns jetzt schnell noch an. Wahnsinn. In meinen Augen. Purer Wahnsinn. Dann ging es direkt zu diesem Vorteil vor Yetis oder so ähnlich. Das habe ich oben gerade gelesen. Schwer abzulesen. Was schon wachsen ist. 1911 gebaut. Wer sich ein bisschen aus der Geschichte auseinandergesetzt hat. Das war ja dann relativ früh für die Militärbauten. Charakteristisch für die Gegend. Die Wege natürlich extrem stark und gut befestigt. Weil man hat danach noch Zeit gehabt. Wenn man in Gegenden fährt, wo Spader gebaut worden ist. Während ein Krieg findet man oft nur so Alpinesteige. Wo es gar nicht mehr so gut bikebar sind. Und da müsst ihr schauen in Triglauf oder so. Das ist teilweise nur noch gehbar. Weil einfach den Weg so zusammenbrechen. Und da in dem Gebiet. Das ist absolut der Wahnsinn. Wo wir jetzt rauf gehen. Das ist teilweise kunstens mit einem E-Bike fast nur durchfahren. Die haben das so sauerweise und Zeit gehabt. Und daher diese Bauten noch. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Und baut für die Ewigkeit nicht. Nur die Dächer sind natürlich längst verrottet. Aber die Mauern schauen echt noch super aus. Und so schaut das dann jetzt aus. Wenn man ihn durchs Fenster reinschwingt. Den älte ich aber immer noch außen davor. Ich habe was zu fragen oder so. Wo ich die Touren her habe. Das Buch ist alt 1932 glaube ich. Also die ganzen Drehs was ich da habe. Die nehme ich nicht mehr vom Internet aus. Sondern aus einem Buch von 1932. Da hat man Charakteristik gemacht. Für die ganzen Militärbauten aus den ersten Weltkrieg. Und das Buch habe ich gekauft. Irgendwo bei einer Bibliothek in Hamburg oben. So echt crazy. Da gibt es nicht viele Auflagen. Da habe ich auch gegattert. Das ist verrückt. Weil da ist alles drin. Was in den normalen topografischen schon nicht mehr drin ist. Also hilft echt extrem stark. Was dann halt auch bedeutet. Dass der Martin weiß wo die Militärwege verlaufen. Aber natürlich nicht ob irgendwo eine Mure oder so drüber gegangen ist. Deswegen ist es immer ein bisschen eine Überraschung. Was dann wirklich kommt. Aber jetzt Abenteuer hochziehen nicht mehr. Noch kann man ein bisschen treten. Nachher wird es dann gleich zum Schieben und Tragen werden. Da freuen wir uns von. Ja sehr. Ah es geht schon los. Sieht gar nicht so steil aus. Aber ist steil. Schieben geht aber auch noch. Aber Vicky hat auch schon aufgesattelt. Da sind Nico und ich echt ähnlich. Wir schieben so lange es irgendwie geht. Schiebst du auch schöner, Mann? Ja, ich schiebe es. Jetzt geht es wieder ein Stückchen zum Fahren. Und es liegt immer noch Schnee. Mitten im Juni. So, jetzt seht ihr den Schnee nochmal von näherin. Tschau. Und hier ist nichts los. Aber mit den Vieren sind wir die ganze Zeit gleich auf. Das ist unglaublich. Aber gut. Dann sind wir diesmal zumindest nicht ganz so verlassen. Und schauen wir uns wieder zum Stall zu fahren. Zwischen Panoramaschwenk. Wow. Da geht es weiter für uns. Da liegt wieder der Schnee. Da ist der schöne Mann. Und dann haben wir die 360 Grad auch schon voll. Und da sieht man jetzt bei den Weger, wie groß die Steine sind. Und wie damals gebaut worden ist. Also der ist extrem gut gebaut. Wenn man dann einfach noch Zeit kaputt hat. Und wie die Schäden eigentlich aufgehen. Die sind fast. Also wo ich den Kopf habe. Bis ganz auf den E-Berg fast vorne. War möglich. Das ist echt cool. Das ist echt steil. Ja verarscht mal das Lugano Video. Ich verlinke euch mal die Playlist. Es ist wirklich steil. Ey Vorsicht. Es ist eine Absturzgefahr hier. Und weiter geht's. Hilft ja alles nichts. Da sind jetzt auch gerade wie die beiden über die Mauer drüber schieben. Komplett gemauert die Straße. Ja und wieder. Da geht's schön den Berg entlang. Das sieht echt richtig gut aus. Jetzt sind wir ein bisschen weiter vorne. Und haben hier nochmal ein neues Panorama zu sehen gekriegt. Also schon sehr sehr geil. Naja und da war Nico. Ist schon die nächste Mauer. Mauer. Ja Nico ist nicht der größte Wanderliebhaber. Deswegen steht er auch schon wieder. Wahnsinn. Hier steht auch schon ganz schön her die Brücke. Jetzt ist schon wieder weiter. Ein Stollen. Und auch wieder ein fettes Truppenlager vermutlich. Und jetzt haben sie mich gar nicht erschreckt. Weil aus dem Stollen. Naja ok. Oberhalb. Aber trotzdem sind schon die anderen beiden. Super. Der Panorama ist echt einfach gigantisch. Mehr gibt's dann oben. Juhu. Oben. Wow. Schau mal das Gipfelkreuz an. Das hebt man. Das haben wir mit. Du musst dir mal gerne mit Füßen schwenken. Mach ich. Mach ich. Jetzt lassen wir den Nico auch noch hoch kreuen. Mega. Schon eine geile Aussicht. Und hier geht's halt dann gleich mal ordentlich bergab. Eignet sich für die alpine Scheidung. Schön. War haben wir oder? Geil. Das ist mega. Wahnsinn. Echt. Insel. Bei uns ist jetzt wieder Zeit für die Gipfeljausen. Nico und ich, wir haben aber vorher schon Handfestpause gemacht. Jetzt gibt's noch Kekse bei uns. Jetzt habt ihr eine Dosenfisch mitgekommen, oder? Nein. Das ist das Brot von gestern. Und hier ist jetzt. Speck aus Tirol. Oberspeck. Der hat's ein bisschen nach Italien nachher geschafft. Der ist in der Kroatien und wieder zurück. Stimmt, woher das auch noch geschafft. Der war jetzt eigentlich in dem Gepäck. Der Trail war im oberen Bereich wirklich ganz schön ruppig und zum Teil auch ein bisschen ausgesetzt und wirklich schwer. Wird dann aber immer leichter, wenn man weiter runterkommt. Und theoretisch muss man den Gipfel ja nicht unbedingt mitnehmen. Wir sind auch mal nur bis zur Stellung gegangen. Und dann kann man natürlich auch schon rüber in den Trail queren, weil da kommt man ja eh fast wieder dran vorbei. Und von dem her hat man da unglaublich viele Möglichkeiten in diesem Areal. Eben bis zum Gipfel aufsteigen oder irgendwo dazwischen ein bisschen abkürzen. Und trotzdem geniale Trails und wunderbare Aussichten genießen. Wir spielen jetzt einfach mal Musik ein und lassen euch die Abfahrt in Ruhe genießen. Ich habe mich ehrlich gesagt beim Schneiden gewundert, wie lange die Abfahrt war. Aber gut, klar, das waren halt auch über 2000 Höhenmeter Anstieg. Und ja, das geht dann halt auch wieder runter. Super cool. Und das kann man sich jetzt im Winter kaum vorstellen, weil da gibt es natürlich nur wenige Möglichkeiten, wo man wirklich so viel auf Stück machen kann. Und ansonsten haben wir jetzt ja immer so entweder mehrere Touren hintereinander gehängt oder eben so um 6, 7, 7, 8, 100.000 Höhenmeter gehabt. Aber mehr ist im Winter ja nicht drin. Und von dem her bin ich ein voller Vorfreude jetzt auch schon wieder auf den Sommer, obwohl ich wirklich jede Jahreszeit schön finde und Schnee auch über alles liebe. Aber wenn man das sieht und die Sonnenstrahlen immer stärker werden, ich freue mich jetzt auch einfach wirklich den Bus wieder aus der Garage holen zu können. Und ja, eben auch auf solche Touren. guh! Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020